Das Faltrad Hercules ROP Fold ist ab 2019 auch mit integriertem Bosch 500 Wattstunden Akku und Bosch Active Plus Center Motor erhältlich. Das Hercules ROP Fold i8 ist ein Elektrofaltrad mit vielen durchdachten Details. Außerdem hat es einen integrierten Akku. Das sorgt nicht nur für eine elegante und aufgeräumte Optik. Der Akku ist auch gegen Wasser, Staub, Schmutz und Umwelteinflüsse besser geschützt. Der Faltvorgang ist einfach und in wenigen Sekunden erledigt. Pedale einklappen, Sicherung lösen und das Vorderrad nach hinten drehen, wo es am Hinterrad durch eine Magnethalterung fixiert wird. Der Lenker kann nicht hinuntergeklappt, sondern nur zur Seite gedreht werden. Vorteil dabei mehr Rahmenstabilität, Nachteil größeres Packmaß. Faltbare oder besonders kompakte E-Bikes sind immer dann gefragt, wenn es um beengten Raum beim Transport oder der Lagerung geht. Das heißt, ich kann zum Beispiel zwei gefaltete ROP Fold in einen Camper packen oder ich kann in einem schmalen Kellerabteil, wenn ich den Lenker und die Pedale einfalte, das Rad sehr platzsparen verstauen. Der integrierte Akku lässt sich entweder über die außenliegende Ladebuchse laden oder mit einem Handgriff ganz einfach entnehmen. Der Sattel des ROP Fold hat einen robusten Handgriff, der es erleichtert, das Rad auf den stabilen Doppelständer zu stellen und außerdem hat das Rad eine Lenkungsdämpfung, die verhindert, dass der Lenker umschlägt. Damit das ROP Fold auch im Alltagsbetrieb eine gute Figur macht, hat es die Möglichkeit, am Sitzrohr über einen Monkey Link Adapter oder am Steuerrohr mit einem Klickfix Adapter Zubehör und Gepäck zu transportieren. Die Ausstattung des ROP Fold iF8 besteht weiters aus dem Bosch Intuvia Display, einer Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung, der hydraulischen Magura HSI 22-Bremsanlage, einem packtaschenfreundlichen Gepäckträger und einer hochwertigen Busch & Müller Lichtanlage. Auf ersten kurzen Testfahrten überzeugte das ROP Fold iF8 vor allem durch seine Verwindungssteifigkeit, die angenehme Sitzposition, das solide Bremsverhalten und den Bosch Active Line Plus Antrieb, der agil, laufruhig und widerstandsfrei zu fahren ist. Das ROP Fold schaut nicht nur toll aus mit seinem modernen Design und dem integrierten Akku, es ist auch ein Rad, das sehr angenehm zu fahren ist und viel Spaß macht, sowohl in der Freizeit als auch für den Alltagsbetrieb in der Stadt. Das ROP Fold iF8 steht mit 3.299 Euro in der Liste. Wer auch mit weniger Ausstattung zufrieden ist, kann das Hercules ROP Fold schon ab 2.499 Euro bestellen. für das WWE und wo auch mit weniger Ausstattung des Koalitionsverhalten auf der Liste. Is Chö B Wir Untertitelung des ZDF, 2020